jo let's go my friend louis im schönen ford gt hier ist der geil oder der ist auch geil ich bleib dabei als erstes scheiße muss die karte aufrufen starten nicht ich drücke immer wieder m geht also auch das einzige spiel wo man die karte noch im startmenü aufmacht und nicht mit m ein bisschen unverschämt aber okay so jetzt schön weißt du ja das gefällt mir wobei ich glaube nicht dass ich zum grünen zeichen will ich glaube tatsächlich ich will lieber hierhin na komm wir suchen mal den klub ich glaube das möchte ich doch jetzt eher lieber tun oh das ist der falsche einkang hallöchen okay ich hoffe ich bin hier falsch muss das doch wohl hier oben sein jetzt bin ich verwirrt wo ist die person ich weiß jetzt nicht wer die weiße person ist so ja so meine frau Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. Komm, ich trink rein. So, ein Shot. So, jetzt bin ich aber verwirrt. Oh mein Gott, ich kann mir gut vorstellen, dass ich gar nicht mehr im Club sein soll. Hm. Komm, wir gucken mal nach. Ich weiß, dass es wieder viel Zeit gekostet hat. Oh, das ist hier hinten. Oh dear. Nein, ist hier nicht. Hm. Na gut, dann schieben wir mal eine Schicht im Maisonet 9. Ah ne. Ah ne, komm. Irgendwo muss die doch sein. Ah, wo ist das denn jetzt? Hm, hallo, bist du das? Das ist die da oben. Ich glaube, es ist die da oben, oder? Ganz ehrlich. Ja, komm, hoch. Das ist die Musik, ey. Wollen wir mal trinken? Komm, wir trinken mal. Ja. 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 Ich möchte den Typen davon anspitzen. So, und jetzt trinken. Ich habe einen Ohltd Sitgen. Also, ich habe die Nase. Ich habe einen Ohltd Sitgen. Ja. Das ist ein Ohltd Sitgen. Oh, so Bright. So, das ist auch gut. Oh, shit. Ich bin ein bisschen betrunken. Ja, weg da. Ich meine, wenn man die Person nicht findet, dann muss man einfach sich vollschränken. Sorry. Alte Kuh. Was ist denn hier? Oh, shit. Sorry. Nope, ich glaube, die Person finde ich hier nicht. Dann muss ich mal im Internet gucken. Komm schon, da muss doch die Treppe hochkommen können, oder? Ah, nein. Shit. Oh, Treppe ist zu viel. No. Wo ist die? Du musst betrunken, äh, nüchtern werden. Ah, boah, shit. Okay. Es wird er nicht. Na gut. Machen wir die Mission hier. So, Club Management. You really work out, don't you? Is it to compensate for things? Try not to catch any more infection soldier. I see something weird on the dance floor, Al. Can you check it? Jo. Ah, cool. Mach ich. So. Ich bin da. Hm. Das sieht so weit normal aus. Die hier ist ein bisschen einversucht. Ich auch die da. Klar, auf der Fall von einversucht. Zuschlag. Zugriff. Hm. Das haben wir hier. Ja. Nichts auffälliges. Die eine trinkt da ein bisschen viel. Wackelt auch ein bisschen zir. Ja. Oh, nicht volllaufen. Was haben wir denn hier? Na, der da. Ja. Freundchen. Ein bisschen viel getrunken heute, hm? Da muss man raus hier. Ah, hier raus. Ich will dich nicht wieder sehen. He he. Du wirst noch deine Hände schrauben. Das ist das, was ich gerne sehen würde. Das ist warum es ist. Äh, Sets. Oben. Oh, ja. Hier auch alles, alles cool. Auch wenn es hier nicht mal eine Kontaktperson gibt, die ich die ganze Zeit besucht habe. Mal unten gucken oder was? Richtig da. So. Und es sieht so aus wie ein Dynamite. Den hättest du gewundert. Ja, die ist wieder ein bisschen sauer. Auf die beiden. Der kennt uns schön. Okay. Und hier. So. Alle Leute, schicken wir gleich. Da ist wieder eine andere, die sich verlochen lässt. Oh, ja. Na gucken wir mal nach. Notfall. Wow. 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 Harte Nacht, ha? Oh. Ein bisschen vier. Oh, Moment. Ich bin ja schon an dem Club gewesen. Ich weiß nicht, dass die Clubs eigentlich ein paar Meter voneinander wechseln. Na komm, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Hilfe. Na, das ist nicht auch ganz gut. Nicht wirklich verletzt. Okay, das müssen wir nur abhängen. Oh, ja, wir sind weg von den Stalkern in keinem Zeit, man. Don't worry. Where were you and they lost the neighborhood of the soul when they got crows last summer? Okay. Na, haben wir irgendwo Musik? Ein bisschen lauter Musik. Und wo ist es so lau? Äh, so leise, meine ich. Das höre ich schon zu gut. No problem. Da könnt ihr schön eure Spielchen treiben, ja, im Edelhotel. Ja, ich weiß nicht, wie ich und Tony sind, dass die 80er Jahre immer wieder weggegangen ist. So, du und Tony sind Freunde, oder? Wir sind Partner. Wir sind Partner. Wirklich? Das ist lustig, weil Jacob ist mein Partner, auch mein Partner. Ja, ich weiß nicht, ob ich und Tony sind die gleichen Partner als du, wie du. Ich meine, wir haben nicht in Hotel, zum Beispiel. Du musst dich so leid. Du kannst mit uns mit dir kommen, wenn du möchtest. Wir werden uns ein paar Schuss von Tokio, wenn wir zurückkommen. Ich werde dich auch zu tun. Das ist wirklich mein Schuss. Du bist verletzt. Diese Kicks sind die Scheine, Mann. Ich glaube, die verstehen nicht ganz, dass ich nicht so auf deren Plusseite stehe. Okay, Leute, hier sind Sie. Kommt bald zum Club zurück, um etwas gut, cleanes Heterofen. Yo, Valet. Das ist der Pain-Givers-Card. Schau nach dir. Der Pain-Giver, ey. Das war wieder der perfekte Name. So. Auto. Ach, ne, komm schon. Das ist der Pain-Giver. Der Pain-Giver kann in seinem Kloset für ein paar Tage bleiben. Wir sind fertig mit diesem Schein. Du hast den Touch, Boss. Wir sehen uns in einem anderen Mal. Don't make me angry, Mann. So, jetzt fangen wir schnell nach Hause. Ich wollte schon eigentlich vor einer Stunde aufhören. Das Spiel macht einfach ziemlich viel Spaß, muss man sagen. Auch wenn es heute natürlich jetzt nicht so viel los war. Ich meine, wir haben im Club eine Person gesucht, die wir nicht gefunden haben. Ich glaube, ich muss da im Internet mal gucken, wo ich die finde. Ja, und sonst haben wir halt eben diese komische Management-Scheiße gemacht. Das ist natürlich der Charo mit Fort GT, der jetzt nicht mal auf dem Parkplatz steht. Aber, naja. Gut. Eine harte Nacht mal wieder. Muss man halt mal pennen gehen, ne? So, leg dich schön, Luis. Du hast es verdient. So, diesmal spreche ich aber wirklich. So, und ich würde sagen, das war's von Let's Play The Ballad of G. Tony für dieses Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Tschüssi.